Geht nicht. Ich hab's ohne Ende probiert. Jetzt muss ich den Weg gehen, den der Zubiger ist. Irgendwie will ich diesen Weg nicht gehen. Ich will rüber auf die andere Seite. Ja, ich will rüber auf die andere Seite. Ich will rüber auf die andere Seite. Und dann muss ich den Weg gehen. Ich will rüber auf die andere Seite. Ich will all diese Seite. Boah, boah, war das knapp! Boah, ich hab' den Zombie auch gar nicht gesehen – der Mammuter! Mammut Ich will da raus Ich will nie mehr So schrecklich Ich will bloß weg hier Du bist so weit gekommen, wenn man erstickt hat Denn er konnte zwischen den Peitschen ihm nicht mehr atmen Färgert Finger an Scheiße, ich konnte mich nicht Ich konnte es nicht lesen Äh... Okay Ah, ich bin hier Incredible, du hast meine Recipe Oh Mach mal Mein Körper heilig Alexander ist an öffnen Eine Tür zu Razzarell Es ist da, dass er zu gehen muss Wenn du deinen Angst anziehen Lass ihn öffnen, bevor du deinen Geist Lass mich überraschen Lass mich überraschen Bevor du den All Die Barriere von dir aus dem Inner Sanctum wird nur für eine kurze Zeit Wenn du alles beherst, bevor du den All Bevor du den All Du kannst dich nicht Um... Ähm... Notizen Ähm... Ähm... Tagbücher Ich weiß, du hast nicht das Recht sie hat das Wort und das und sie können nicht die die dein Schicksal liegt in Moine müsste ich eigentlich hin aber da ich nicht dahin kann muss ich irgendetwas vergessen auch ja ein ja ist gut ich geh jetzt nochmal hier gucken ob ich alles habe ich hoffe jetzt kommen keine Monster mehr was geht hier ab ich hab kacke geboll jetzt in Sicht oh mein Gott meine Fresse es gibt's nicht ich hab grad noch gesagt ich hoffe es kommen keine Monster und kommen drei Stück davon schlag ich die Tür zu und er kommt mit seinen Arm da durch ich habe mich erschrocken kreisch ich auch in diesem Kleinkind rum aber ich bin nicht tot Stand Schlaf also war es doch richtig dass ich da hingegangen bin um um eins gegen eins Prozent Prozent ich habe gedrückt und direkt hängt welche durch bin ich damit kann ich mich nicht Wie noch irgendwas? Oh, Lampen. Wo ist das denn hier? Sind lose. Hallo. Genau. Ich bin auch so stark und kann das mit der Hand zerreißen. Zinein irgendwas. Erstmal alle Zellen durchsuchen. Ja, das habe ich schon von Weitem gesehen, dass da Öl liegt. Eine Notiz. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich herkam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab. Aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schüsse auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Clown. Ich kehre mit allen Rittern des Reiches zurück und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Ja, in deinen Träumen halt. Ja, in deinen Träumen. Nicht die Zelle durchsuchen. Laudanum. Toll mal noch. Es ist eine Heimer. Was ist hier noch so schön ist, ist das zubaut hier. Nicht wegen. Ah, da muss ich bestimmt einmal das war ein bisschen einfach Sieh, diese Rätsel sind jetzt etwas Jetzt wieder hoch Nun habe ich Wasser drin und was ist dann? Wasser einmal aufgucken Ja, mit Wasser gefüllt Super Jetzt gehe ich aber raus Ähm Finde einen Schlüssel Er war hier und schrieb die Rohre Hm Es hat überhaupt kaputt Im Rohr ist ein Schlüssel Ah Oh, senkt schon wieder Der ist wegen der Wassereimer Wenn ich Wasser einmal da reinkipp, fließt es und der Schlüssel Cool Okay Ein unmarketer Schlüssel Alter, was geht ab? Renn weg Renn Vor was überhaupt? Verdammt Renn, 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 renn Hey, vor was muss ich denn überhaupt weglaufen? Oh, Wasser Oh, das Wasserwesen Nein Mein Gott Hilf mir Lauf Dinge, lauf schneller, lauf schneller Bitte Aha Aha Lauf Bitte Bitte Tu mir das nicht an 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 Geh da rein Oh Oh Geschafft Geschafft Oh, ich bin diesem Unsichtbaren Wasserdingen da entkommen Diese scheiß Kampfmusik, ne Boah, Junge Vielleicht versagt mir mein Herz Ja Gut, es lässt sich nicht bewegen Äh, wo bin ich denn? Oh Den in der Box und ein Äh, Daniel Hallo Er geht zu Boden Bläh Bläh St Oh 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 Ja Ja tonight we will unlock the hell of the world and ultimately banish the shadow, hunting me I feel it closing in on me und ich Angst für meine Leben, mehr als immer. Um... Just outside Altstadt, da ist ein kleiner Settlement, wo Zimmermann, der Däri-Fahrer, lebt mit seiner Frau und zwei Kinder. Okay. Wir haben den Kursen, und gehen. Wir haben uns nicht erwartet. Und Alexander konnte den Zimmermann Ehe? Wiedergeschlagen? Warum? Als er sich um die Pfarrer handelt, begann ich für die Kinder zu schauen. Wir sollten mehr als mehr Präsenz haben, um das Ritual jetzt zu Ende zu haben. Die Familie. Alexander war schon ein bisschen behindert im Kopf. Okay. So, dieses rote Zeug. Tinderbox. Autsch. Ist aber jetzt kacke, das jetzt hier über dieses... Oh, jetzt muss ich da drüber laufen. Ob Wolken, ob Wolken. Mehr rotes Zeug. Mir geht das Öl aus. Mir geht das Öl aus. Oh. Ah. Lampenöl vielleicht hier. Hm. Tinderbox. Mach ich hier mal ein bisschen Licht an. Falls es denn geht. Falls es denn geht! Nee, geht nicht. Gut. Wollte ich mal zumachen. Ähm. Ich drehe meine dritte, gucken was passiert. Ähm. Ich drehe meine dritte, gucken was passiert. Das Glas. Was? Ja. Destilliertes Blut, oder was? Wehe, da steht jetzt destilliertes Blut. Und ja. Eh, alles muss vermischt werden, ne. Grüne Sülze da. Die Giftdrüse muss zerquetscht werden, um daraus Saft zu kriegen. Das muss man unterdrehen. Ey, als Toni kommen. Ich hab das Tonikum für dich, mein Freund. Hier. Tinderbox. Es ist jetzt eigentlich so einfach. Ey. Jetzt sind die Rätsel ein bisschen... ...schlecht. Oh, ich hab meine Säge, mehr Bräucher gar nicht. Mein Pupil. Mein Pupil. Ja. Ich nehme dich an. Ist das so falsch?